Ich habe hier das Sagen. Keine unnötige Brutalität, kein Augenmausstechen. Zeigt, was ihr drauf habt. Und boxt! Was war denn das gerade für eine Vorstellung? Jetzt boxt endlich mal! Das nennt man Rettung in letzter Minute. Ist dir die Konsequenz klar, was passiert, wenn du den Kerl K.O. schlägst? Also bitte, schlag ihn nicht K.O., Mickey. Auseinander! 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 Wer soll das? Ist der Petter drauf? Verstreitender! Komm und setz dich. Jetzt erklär mir mal, was du da tust, Mickey. Du hüpfter Hum wie ne Tunte. Die knüpfen uns mit den Ringseilen auf, wenn die merken, dass die abgerippt werden. Dann geh da raus und boxe. Aber pass gefälligst auf, dass du ihn nicht auf die Bretter schickst. Die wird losdrehen, wenn die reine Klasten Sie es abgibt. Der hat die Tätze auf den Ringseilen aufs Toto. Der hat die Klasten, die die Klasten sind in meinem Ringseil. Der hat die Klasten von Klasten ist, alsастend. Der hat die Klasten wurde vom Denk-Klasten verringen. Der hat die Klasten handelt, die die Klasten, die der Klasten nicht nachvollziehen. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR ...muss er nur noch liegen bleiben. Jetzt sind wir im Arsch.